Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Filipe's Infinity Evolved Skyblock Expert Mode. Ja, aktuell totales Chaos und was weiß ich. Diese Folge kommt tatsächlich auch nur, weil ich eigentlich jetzt mit einer ersten Folge Magie aufnehmen wollte, aber er sich verspätet und ich gleich in die Uni muss. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie noch eine Zeit von 10 Minuten oder so und in der Zeit nehme ich eine Folge Filipe's Skyblock für euch auf. Ja, also ab Mitte Mai war das besser, aber bis dahin ist es noch nicht so gut. So, ich höre, der Lüfter geht an, das heißt, mein PC hat auch verstanden, dass ich jetzt gerade eben aufnehme. Wir haben das letzte Mal sehr viel, sehr, sehr, sehr viel uns damit beschäftigt, was eigentlich hier schiefgegangen ist, warum ich nicht mit meinem Essential-System, heißt das so, nennt man das so, ich habe absolut keine Ahnung, warum ich damit nicht arbeiten kann. Daraufhin habe ich offscreen, das ist locker irgendwie gefühlt zwei Wochen her, mich auch mal dran gesetzt und mir dieses Ding hier angeguckt und wenn ihr das mit der letzten Folge vergleicht, dann seht ihr, dass hier massiv viel mehr freigeschaltet ist. Auch Items, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren und dass ich sie mal brauchen werde, wie zum Beispiel Essential Provider oder auch Infusion Provider ist, glaube ich, das, was ich eigentlich haben möchte. Ja, also da fehlt mir auch noch ganz viel und andere Items und was weiß ich was. Aber theoretisch ist es möglich und ich bin eigentlich schon froh, wenn ich die Alchemie automatisieren kann, wozu es ja auch eine irgendwo, Distillation, hier genau, Automated Alchemy, habe ich mir auch alles freigeschaltet. Ich bin schon froh, wenn ich einfach sagen kann, ich drücke auf den Button und dann bekomme ich so ein volles Jar mit Stuff drin. Dann ist alles in Ordnung, weil dann kann ich nämlich die Infusionen da hinten schon mal auf einem hoffentlich gechillteren Level abhandeln lassen. Okay, das ist so ein bisschen die Theorie, die da dahinter steckt. Daraufhin habe ich dann hier, wie gesagt, angefangen Research zu machen und ganz, ganz, ganz viel Kram hier, hier, hier angesammelt. Aber es ist, oh, ich sollte vielleicht mein Fenster zu machen. Ich glaube, aktuell hört irgendwie der gesamte hochfähig aufnehmen. Hm. Wir sind mal professionell, meine Damen und Herren. Hat keiner gemerkt, okay? Und heute mache ich hoffentlich das Unboxing von, dafür muss ich mir echt Zeit nehmen, von dem neuen Kamerastativ-Ding, damit das hier nicht mehr so übertrieben wackelt. Also okay, das ist die Geschichte hier. Heute möchte ich es aber ruhen lassen. Hintergrund dazu ist, ich müsste mir das jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken und nochmal mir ein Tutorial angucken oder was weiß ich. Wir haben hier auch noch ein bisschen Destillation. Ich glaube, das mache ich zu allererster ganz schnell. Hoffentlich bekomme ich das ganz schnell hin. Und dann möchte ich aber heute eigentlich etwas anderes. Ne, das mache ich heute nicht. Leck mich. So, wir lassen mal Farmcraft ein bisschen beiseite. Ich habe nämlich bemerkt, dass ich auf dieser Insel sehr viele offene Probleme habe. Ich habe hier drüben so ein bisschen Bloodmagic. Ich habe hier ein bisschen Farmcraft. Ich habe das Essential-Story-System, was ich unbedingt machen möchte, weil ich halt glaube, dass das das letzte Mal in den nächsten ein bis zwei Jahren sein wird, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, Applied Energetics zusammen mit Farmcraft zu spielen. Die 1.12 stand zumindest im Kommentar. Ich habe es nicht überprüft. Es ist draußen von Farmcraft die Beta 6. Aber bis das kompatibel und rausgebracht ist und so weiter, dauert das noch 100 Jahre. Und deswegen lassen wir das beiseite. Heute machen wir was anderes. Und zwar habe ich mir überlegt, warum ich eigentlich immer noch auf das System da hinten angewiesen bin. Ich meine, es ist herrlich schnell und schön und was weiß ich was. Aber warum nutze ich denn nicht einfach exzessiver Yu-Yu-Matter? Und deswegen möchte ich endlich anfangen, meine Energie-Geschichte und Yu-Yu-Matter-Geschichte auf einen ganz neuen Level anzuheben und vielleicht mehr zu produzieren als die ganze Zeit. Ich meine, Bedrockium Ingots in Massen sind schön, aber auch nicht die Antwort auf alles, nicht wahr? Und deswegen werden wir uns da ein bisschen drum kümmern. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich, wie gesagt, so verschiedene offene Probleme habe. Und deswegen überlege ich mir, hier sowas wie einen Elevator reinzubauen. Da könnte man zum Beispiel in Grau, würde das gar nicht so arg auffallen. Und hier unten so einen Planungsraum unten drunter zu haben. Das würde vom Wiring tatsächlich sicher irgendwie gehen. Man kann ja irgendwie durch Wände durch und durchdecken und was weiß ich was. Dann wäre hier so unten ein kleiner Raum drin, vielleicht mit ein bisschen Deku-Craft oder so, wo ich letztlich einfach nur einen Überblick über alle Pläne habe. Weil aktuell ist meine Pläne hier eine zehnzeilige Textdatei auf meinem Desktop. Und das ist für euch schlecht, um nachzuvollziehen, was ich eigentlich machen möchte. Und für mich umso schlechter. Deswegen, das werden wir auch mal bald machen. Aber heute machen wir mal ein bisschen Yu-Yu-Matter, beziehungsweise müssen wir uns da erstmal überlegen, wie kann man diese Farmen vernünftig aufbauen. Klar ist, so wie ich das hier mache, ist es Bullshit. Ich habe hier ein nicht mal vollständig abgegriffenes Ultimate Solar Panel und ein nicht independent storage, wo ist er denn? Hä? Ist der hier drüben? Bist du das? Oh, ein Master Applicator, der mit viel zu wenig recyceltem Shit was von irgendeiner anderen Zelle und so weiter. Ihr seht auf was das hinausläuft. Es ist Käse. Es ist zwar, der Prozess ist jetzt nicht allzu langsam, aber das ist, glaube ich, jedes Mal nur ein Millibucket und der muss dann rausgepumpt werden und wandert dann hier durch und dann hier drin und es ist, äh, es taugt nichts. Ähm, das hier muss den gesamten Prozess durchmachen, was auch mein Applied Energistics System durchgemacht hat. Und zwar muss ich das richtig, äh, auseinander ziehen. Haben wir irgendein Solar-Gedönsel da? Irgendein kleines? Ja, nehmen wir mal das blaue hier. Okay, also stell dich mal vor, du hast, äh, ein, ein Solar-Otto, den kann man ja Gott sei Dank mit diesen Resonant-Flux-Ducks, ich hoffe einfach mal, ich habe, ich habe ein paar da, sehr, äh, das ist ein Empty, das ist, das ist ein einziger, siehst du, ich habe einen einzigen da. Stell dir mal vor, du hast, äh, ich baue das mal schnell hier in die Mitte, das ist nur für Demonstrationszwecke, du hast eine Reihe von den Ultimate Solar Panels und wir werden auch gleich nochmal am Ende der Folge wirklich eins bestellen. Und, äh, diese Reihe Ultimate Solar Panels, ähm, geht dann in eine große, äh, vibrant Capacitor Bank, die wir heute unter anderem automatisieren werden. Und da dran hängen dann an allen Ecken und Enden, ähm, die HV-Wires, die dafür sorgen, dass der maximale Strom, den du in einen, ähm, ähm, ödel mal nödel, diese Art hier reinbringen kannst, ähm, rübergebracht wird. Das ist wahrscheinlich die einzigste, äh, vernünftige und einfache Art der Konvertierung, weil, äh, alles andere sorgt nur dafür, dass Maschinen aus Versehen explodieren oder irgendwas anderes. Also, das ist, glaube ich, ich glaube, Immersive Engineering ist der beste Weg. Und so kannst du dann immerhin, ähm, 4000 mal die Anzahl der Seiten minus 1 hier rüberbringen. Also aktuell kriegt der hier, ja, nur 4, 8, 12.000. Aber 16.000, 20.000, der 24.000 der F kannst du in einen Maschinenplikator reinbringen. Stell dir vor, wir würden das alles automatisieren. Dann wirst du ungefähr, was ich als nächstes vorhabe. Okay, und das ist die Theorie. Und, äh, damit ich heute nicht nur über Update und Theorie gesprochen habe, gucken wir einfach mal, was die Automatisierung dazu sagt. Ähm, ich möchte das über Vibrant Capacitor Banks machen, weil die relativ schön skalieren und schön einfach haltbar sind und auch einfach mal einen schönen Energiespeicher darstellen. Ähm, und ich denke, ich werde das direkt die Crafting-Rezept nehmen, weil das Hochcraften, das ist einfach nur mehr Aufwand zum Automatisieren. Und Tertic Capacitor sind natürlich nicht ganz so easy. Wir werden jetzt erstmal die Folgen, wo wir uns damit beschäftigen, ein bisschen uns ans Autocrafting machen müssen. Um genau zu sein, beginnen wir mit Electrical Steel, was einfach nur Stahl plus Silicon ist und von dem ich mich ernsthaft frage, ob wir das schon mal automatisiert haben. Ich gehe hier mal rein und sehe, wir haben Electrical Steel tatsächlich schon mal automatisiert. Schritt 1 ist geschafft, denn wenn ich hier reingehe, dann seht ihr, dass ich hierfür schon mal 4 davon benötige. Vibrant Crystal ist wiederum ein ganz anderes Ding und ist auch wie das hier von Vibrant Alloy abhängig. Sprich, wir werden als Allernächstes gucken, dass wir eine verdammt gute Automatisierung für Vibrant Alloy haben, die wir glaube ich noch nicht haben. Nein. Haben wir überhaupt irgendein Alloy bis jetzt automatisiert? Wir haben einen Alloy-Smelter tatsächlich dastehen, aber der kann auch nicht allzu viel. Alles klar. Dann ist das unser nächstes Problem. Dieses Alloy kann im Induction-Smelter oder im Alloy-Smelter hergestellt werden. Ich weiß nicht, was besser ist, was schneller ist. Ich kann mir vorstellen, dass ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, ein Induction-Smelter könnte schneller sein. Aber Energetic Alloy wiederum müssen wir in jedem Falle mit Alloy-Smelter machen. Also ein Redstone, ein Glowstone, ein Gold gibt ein Energetic Alloy. Alles klar. Dann machen wir das direkt mal. Das bedeutet, wir brauchen diesen hier. Dann brauchen wir ein Redstone. Haben wir glücklicherweise 2,2 Millionen. Dann brauchen wir ein Glowstone. Haben wir glücklicherweise 1,3 Millionen. Und ein Gold. Ja, Gold geht uns ein bisschen aus. Da haben wir noch 500 Teile. Okay, sorry. Das ist ein Processing-Pattern. Und am Schluss kommt ein Alloy raus, von dem ich glücklicherweise noch ein bisschen was da habe. Fertig. Das ist mein erstes Pattern. Und das kann jetzt in die Alloy-Smelter-Automatisierung. Und zwar nicht in diese hier, sondern in diese hier unten. Warum, erzähle ich euch später. Nee, ist das einfach wegen dem Stil. Ich möchte nicht, dass die sich versuchen, gegenseitig auszuspielen. Okay, das gehen wir jetzt weiter. Ich habe ja hier diverse Induction-Smelter, glaube ich. Induction-Smelter, genau. Hier, der macht mir unter anderem auch schon den Dark Steel, weil das angenehmer ist. Denn, wenn ich jetzt hingehe und mir eine Ender-Perle schnappe, und ich denke, das könnte tatsächlich noch ein Bottleneck werden, weil hier habe ich nur 578. Hier wäre der also sehr bald, das machen wir eventuell in einem Stream, eine Ender-Perl-Automatisierung craften müssen, bauen müssen. Ich habe schon ein paar Ideen, wie wir das machen können. Um genau zu sein, habe ich eigentlich schon die Lösung. Also ich wäre jetzt so fancy geworden, aber es gibt überhaupt keinen Grund für uns fancy zu werden. Es wird doch gerade Nacht. Liegt diese Plattform da hinten noch? Wie war das nochmal? Dieses Item, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Es ist unglaublich. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich war jetzt gerade einfach kurz davor. Oh, hallo, die müssen wir auch mal noch fertig machen. Versteht ihr, warum ich einen Planungsraum brauche? Ich war jetzt mal kurz davor. Warum machen wir hier hinten nicht eine Enderman-Man-Farm raus? Das müsste doch theoretisch funktionieren, oder? Also nehmen wir das Wasser hier mal wieder raus, tun es hier rein. Ich nehme hier mal schnell ein neues Bucket raus. Super. Ich habe nur noch verwendete Buckets, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Ja, was spricht eigentlich dagegen? Safari-Net, Safari-Net. Ich habe noch keine solches Safari-Net. Einfach mal Enderman bis zum nächsten Mal sterben zu lassen. Müsste doch eigentlich locker funktionieren. Von der Größe an allem habe ich das extra so gebaut, dass sowas immer funktionieren tut. Gut, also hoffen wir mal, dass heute im Laufe des Tages hier ein Enderman spawnt, den wir schnappen können. Okay, easy, da machen wir es so. Nichtsdestotrotz brauchen wir trotzdem eine Automatisierung für Vibrant Alloy. Also müssen wir das andere Alloy nehmen. Es wundert mich, dass ich das tatsächlich noch nicht früher gemacht habe, aber hey, wenn ich es noch... Wie viel haben wir mittlerweile? 25.000. Ich habe mir immer noch keine Lava-Automatisierung gebaut, weil ich zu faul dafür bin. Und trotzdem funktioniert es hier irgendwie prächtig. Ich weiß nicht, irgendwas mache ich falsch. So, hier haben wir nicht mehr genug, aber ich kann mir einfach wieder eins hochcraften. Es ist nicht der schönste Weg, aber ich habe keine Lust, das eins zu processen zu lassen, bevor wir es automatisiert haben. Okay, das hier rein, das, das. Und damit haben wir die Automatisierung. Jetzt gehen wir zu unserem Induction-Smelter, legen das Teil hier rein und haben die beiden schon mal automatisiert. Gut, ich gucke mal hier rüber. Haben wir eventuell... Haben wir nicht, ne? Wäre auch zu geil, wenn hier ein Enderman gespawnt wäre. Habe ich hier unten irgendwie größere Spawn-Plattform-Möglichkeiten? Ja, aber nur welche, die mich umbringen, wenn ich draufgehe. Ha. Oh, da bist du aber schön reingebackt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass... Alter, wie groß unsere Insel mittlerweile ist, ne? Und uns fehlen noch immer noch 10.000 Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Problem wird, einen Enderman zu finden. Tatsächlich. Also ich meine, wir müssen halt mehrfach quasi die Insel hier neu bewachsen lassen und hoffen, dass da bei ein Enderman rauskommt. Und der darf sich dann auch noch nicht wegporten. Das könnte zu einem Problem werden. Aber egal, wir machen erstmal weiter mit unserer... Wir tun mal so, als hätten wir schon unendlich Enderperlen, okay? Vibrant Capacitor Bank. Damit haben wir diese Nuggets hier. Ernährung-Nuggets muss ich eventuell nur einfach das Crafting-Rezept hinzufügen. Und ja, damit sind wir damit schon mal gar nicht so schlecht. Hier, wie gesagt, haben wir die auch schon. Es ist sehr viel Ender-Elektron-Tubes, seht ihr. Sowohl hier als auch... Oh, das ist ein anderer Tube. Sehr schön. Gucken wir zuallererst nach unseren Enderium-Nuggets. Ich kann mir... Habe ich mir das gerade eingebildet oder war da gerade ein Enderman neben uns? Habe ich mir eingebildet, oder? Ich hätte schwören können, dass da sich gerade irgendwas rumgeportet hat. Habe ich mir eingebildet. 100% habe ich mir das eingebildet. Das kann doch gar nicht sein. Okay. Enderium bin ich mir ziemlich sicher, genau, dass wir dafür noch nichts haben. Das bedeutet, ich nehme mir mal ganz schnell ein Enderium. Und das ist jetzt wieder ein Standard-Crafting-Rezept. Also hier einmal umgestellt. Dabei geht das hier verloren. Das hier, das hier. Und glücklicherweise muss man hier jetzt, glaube ich, auch nicht so viel auf Auditionary achten. Das wäre nämlich sonst noch mehr Abfuck. Auditionary ist bei solchen Sachen immer ein bisschen unlustig. Alles klar, die Nuggets haben wir auch am Start. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen reingucken, welche Tubes wir schon automatisiert haben. Ihr seht, sowohl die Emerald als auch diese hier sind bereits automatisiert. Das einzige Problem, was mich hier allerdings jetzt erachten können. Also ich meine, Emerald-Tube ist überhaupt kein Problem. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Ender-Tube am Endstone haben wir glücklicherweise schon mal automatisiert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir Eye of the Ender schon automatisiert haben. Das heißt, auch hier gehen wieder Ender, nee, haben wir nicht. Siehst du mal, aber Endstone, bin mir nicht sicher, haben wir. Endstone haben wir automatisiert. Genau. Also noch ein Crafting-Rezept für das Eye of the Ender. Und ich glaube, dann sind wir gar nicht mal so schlecht. Und da haben wir in dieser Folge tatsächlich viele, viele Grundlagen gebastelt, die wir, wo ist der Kram hier? Einfach mal dazugelegt, die wir benötigen werden. Denn wenn ich jetzt nochmal auf Vibrant Capacitor Bank sehe, dann sehen wir, dass das hier automatisiert ist. Das hier ist automatisiert. Das hier muss ich noch schnell ein Rezept für machen und das hier auch. Das heißt, ich kann bereits jetzt schon die Crafting-Rezept hierfür machen. Bedeutet, ich kann jetzt hier Vibrant, ja genau, da kann ich schon eins bestellen. Davor machen wir aber noch ganz schnell die Nugget-Form. Das ist der gute Freund hier. Ich bin mir nicht sicher, warum mich gerade alle anschreien. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Aufnahme. Das ist ja toll. Jetzt habe ich nur leider keine Zeit mehr. Scheiße gelaufen mal wieder. Oh Mann. So, jetzt kann das hier noch ganz schnell rein. Ich mache noch ganz schnell das andere Rezept, indem ich das hier einmal durchcrafte, so. Und, also, ja, da sollte auch einer im Systemfilter drin sein. Und dann nehmen wir noch den Vibrant Crystal und damit kann ich jetzt auch hier das Crafting-Rezept machen. Zwei weitere Crafting-Rezepte, einmal hier hereingelegt. Und was wir jetzt, bis zum nächsten Mal, weil ich diese Folge jetzt leider beenden muss, weil mich die Zeit echt ein bisschen gerade nicht loslässt, gehe ich jetzt hier in, zu guter Letzt noch in den Vibrant Crystal rein, bestelle mir hier einfach mal 100, damit wir ein bisschen was da haben. Und zu guter Letzt gehe ich jetzt auch noch hin, und es könnte sein, dass die sich jetzt wieder gegenseitig blockieren, dann muss ich es wieder umstellen, ach egal, gehe ich noch hin und sage, ich hätte gerne eine Solar der größten Güte. Dann sagt er, ja, kann ich schon machen, aber den Prozessor hast du leider gerade blockiert. Dann sage ich Huren, dann sage ich, kein Problem, ich kann das Ding einfach hier loshauen, dann sage ich, nächster Versuch, dann sagst du, alles klar. Und dann sage ich im Nachhinein, jetzt kannst du bitte einen, guck mal, er hat schon angefangen zu produzieren, jetzt kannst du hier von 100 machen, zack, alles klar. Jetzt kommen die sich auch nicht mehr in die Quere. Wir haben das nächste Mal das nächste Ultimate Solar Panel. Und, oh, Alter, also das Processing hier, das ist schon gerade ein bisschen ein Traum, oder? Das funktioniert schon sehr, sehr gut. Alles klar, ich sage an der Stelle, danke schön fürs Zusehen, Leute. Ich sehe fertig aus, aber ich muss echt noch viel lernen. Bis bald. Ciao.